Das finde ich auch saugeil, dass du so auch welche dazukriegst. Ja, saunice, saunice. Alter, wo schlaft denn der jedes Mal? Wo schlaft denn der jedes Mal? Wo ist denn der, Alter? Oder vergnügt er sich da irgendwo anders? Wo ist er Po- Aaaaaah, die Vixer, meinvide! Bei mir ist er da, aus. Aber wie soll ich das? Und wenn es denner ist? Das war's für heute. wenn er noch mal andere das ist ein wichser So, das war jetzt aber nicht so geplant. Ich hoffe mal, dass wir auch eine andere Mission machen. Das habe ich nicht mal gesagt. Nehmen wir mal Stahlberg. Ja, wo ist das schon in der Post drin? Wieso? Wieso nicht? Wieso nicht? Ich hoffe, dass ich gleich mal was anderes auch noch machen kann. Weil das wäre schon Bombe. Genau jetzt, wo ich was anderes fuhr, na super. Aber Stahlberg. Ja, machen wir jetzt Stahlberg. Oh, bis Ebene 7 da. Bist du narisch. Oh, da gibt's... Achso, ja voll. Was steht denn da überhaupt? Ähm, Belohnung, okay, ja. Auftrag finden, okay. Das ist einfach nur, ja, finde das und das und das. Ja, passt. Na dann hoffe ich mal, dass ich da... Oh, die Missione auch noch mal nach dem Kahn. Also eine andere. Eiervoll, da haben wir ja noch so einen super Gegner an, oder? Da bin ich aber gespannt, ob wir den kriegen. Eiervoll, wie viel haben wir denn überhaupt Money, Alter? Muss ich mal kurz, muss ich mal kurz schauen gehen. Weil wir wollen ja da unbedingt... Vielleicht muss ich da vielleicht... Oh, ja schon. Plus 2000. Ähm, tun wir mal ein bisschen abheben. Na, 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 mach mal, mach mal... 1,5. 1,5. 1,5. 5. Mach mal draus. Mach mal 1,5. Irgendwo, wo man da... Vielleicht können wir ja irgendwie nachschauen, wo wo es da ist. Jetzt bin ich aber gespannt. Das finde ich aber arg, gell. Nummer 4, Nummer 13, Nummer 16, finde ich es super, oder? Das braucht noch einen Savant, ja, na sicher. 600, das ist ja nix. Das ist ja nix, gleich kaufen. Ist wieder gleich gekauft? Ja gar nichts. So. Für Taubsee wäre eigentlich auch noch nicht so schlecht, bzw. jetzt, wo wir dann beim Stahlberg sind. Wo soll man denn bei Stahlberg? Nein. Ja, dann nehmen wir mal für Kleinstellen. Ja, kostet eh nur 700. Weil er wirklich sichtigt, gell. Perfekt. Perfekt, 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 Alter. Da sind wir froh, dass der Walno relativ billig ist. Da auch wieder. Stahl, Alter. Bombe. Bombe. Der Walno 700 ist king. 700 ist aber wirklich king. 10 von 2 bei 3. Seht schon ganz kitzelt. Ich bin ein bisschen sehr durstig. Ich weiß. Nicht mir, aber durstig. Komisch. Wenn ich geschlafen habe, sollte ich jetzt eigentlich eh knurhaben. Ich muss nicht wissen, wie lange ich jetzt geschlafen habe. Definitiv zu lang genug für einen Freitag, damit ich erst relativ spät zum Zocken wiedergekommen bin. Das ist einmal eh alles frei. Was sagen wir da noch? Ja, für dann, hell. Ja, ja. Der kommt doch fix ins Team, oder? Ich verstehe nicht, warum wir derweil nur drei mitnehmen können. Das verstehe ich gerade nicht. Ach so. Na, gesprungen. Ja, da fehlt uns dann wieder viel zu viel. Ja, ja. Kann halt sein. Ja, wirst du. Müssen wir halt wieder ein bisschen sparen. Ein paar Missionen erledigen und dann können wir es eh wieder. Ja, dann würde ich mir sagen, Startberg am Supergehen. Oder du erkennst den, ja, sicher. Ich bin gespannt, wie stark der ist. Ich bin gespannt. Ja, wenn dann Teamaufstellung. Einmal was Neues. Aha. Und die klären wir mit Elegiert. Ja, dann nehmen wir aber gleich den Auch da. Nehmen wir gleich den Auch da. Nur fix. Die andere Mission, die geht. Geht wieder heim. Schiet, das wäre ja am Krieg getaub, aber du kannst schon wieder heim gehen. Du kannst schon wieder heim gehen. Geht wieder heim gehen. Ja, tauschen wir mal. Tauschen wir mal. Heute haben wir ja noch einen Pfirsich. Beim Abspritzen haben wir noch gepasst. Perfekt. Nein, das machen wir nicht unbedingt. Au. Da haben wir ja schon unseren ersten Hoverer. Hoverer. Unseren ersten Kandidaten. Kumo oder Kuh. Okay, der muss unbedingt eine Kiste droppen lassen. Also, kann man verstehen. Das kann es dann kompliziert werden. Ich will aber trotzdem sagen, Essen. Damit wir ein bisschen mehr Kaffee haben. Dann gehe ich dann. Also, definitiv dann. Also, für den Supergegner. Wäre das definitiv ein großer Vorteil. Sehr großer Vorteil. Na, aber hallo. Jetzt haben wir eh schon Plätze für die. Jetzt kannst du schon kommen. Oder ist es... Na, bei einem ist es eh ausgangen. Bei einem ist es eh ausgangen. Sag, der gibt wohl wieder bist du magisch. Immer Standardvolltreffer, Standardvolltreffer. Ja, krass. Ja, krass. Aber sag, jetzt nimm Zügen gehen wir mal. Oha, da kommt eh schon. Da kommt eh schon. Da kommt eh schon. Müsst ihr wirklich dann schauen, desto mehr weiter kann hier manche Attacken. Weil sonst schau... Na, sonst... Sonst... Der ist schnell leer. Sehr schnell. Ja, das ist ja. Überhaupt schon. Na, genau. Ich glaube, ich habe ja auch mal keinen Platz. Aber wurscht. Wie... Ja, du kannst uns da sowieso begleiten. Das ist kein Problem. Kuntenschutz, also. Aber immerhin. Wir sind schon mal zu viert unterwegs. Und wir müssen sowieso beziehen. Oder vielleicht schauen wir, dass wir gleich den super Gegner da beziehen können. Das wäre... Sogar ideal eigentlich. Äh... Na, Subster. Gleich mal daneben. Kommt. 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 Sehr gut rüber. Sehr gut rüber. Also für das, dass wir gleich den super Gegner da beziehen können. Das wäre... Na Subster. Gleich mal daneben. Kommt. Ja. Was ist los? Ich bin aufgerufen. Was geht da jetzt ab? Gut... Definitiv nicht gut rüber, oder? Gerade einmal auffassen. Wie man weiß, was nicht mehr was abgeht, oder? Die wir uns in die Pappen reinkauen. Ach, ja. Na, warte. Wir schauen mal. Wir schauen gleich mal an. Wir schauen mal gleich einen VPN an oder dazu. das war die mail vielleicht aber auch geil die jünger brettes und dann wird sich es ist eine falle es wäre schon es wird sich einfach so auf alle ist und du redest nicht das jenes das kann man nicht mehr wir haben eigentlich relativ viel sind dabei ich habe sogar noch einmal krepiert ist das jenes der wehrer hätte ich mal gesagt nein, unbedingt ja, machen wir einfach automatisch irgendwer wird schon kämpfen na warte, na 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 dann nicht, das kann man aber das kann man auch anders auslösen das ist doch vielleicht ein Team eigentlich genau der Mixer will euch natürlich, wie ist ja eh klar pass perfekt, Wampel schauen wir gleich mal bei dem kann ich achten hier, wenn man da ja nie was machen können na komm, bist du eh gleich gefickt so, Wampel wie schaut es mit dir aus? ja, wir haben dich gefunden das ist das jenes auf der Kapp geschossen machte auch einmal was, perfekt ne, wir müssen noch wir müssen noch leider äh ja, ok essen na moin also vielleicht da ich herumdrückt habe das ist ja genau ah, da schlaft da na, da schlaft da na schau, dann gehen wir gerne mal dann da 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 Modus war, dass der da nix gemacht hat. Oder? Nein, einmal irgendwie probiert anzugreifen, nix, etc. Das finde ich interessant. Das finde ich wirklich interessant. Nur hat nein, einmal irgendwie das Versuch gehabt sogar. Machen wir noch ein Punde, und dann kommt der Nächste dran. Dann kommt die Gabo dran, hätte ich gesagt. Auf! Geh, wir wollen auch die Bär! Ohohoho, brauchen wir aber schon. Aber wieso sollten wir werfen? Wieso? Machen wir keine Single, da, da, ja, noch Punde. Das gleiche steht einfach so hart. Perfekt. Aber da müssen wir uns vorstellen, aber wir haben jetzt schon so viel kapiert. Oh, das wäre geil. Na komm, na komm. Er kommt so gut rüber, nein! Wie will ins Team eingeführt werden, dieses Seel, es verfehlt gleich einmal. Perfekt. Kommt sehr gut rüber. Ja! Ideal, oder? Ich denke, Gabo gehen wir nicht los. Au! Ui, da ist schon wieder die Liebste-Buchs! Ah, das tut weh! Ah, das tut weh! Ja, Sinnel-Biere! Ah, das tut ein bisschen sehr weh! Ich muss jetzt mal den gleichen Scheiß-Folgen! Ah, echt, da müssen wir doch auch schon mal langsam nehmen. Nehmann... Ja, das ist schon ein bisschen, das ist nicht so weit. Immerhin, immerhin, immerhin. Also ja, der Magen und der Suppe, oder? Nehmen wir einen kleinen großen Apfel. Nehmen wir einen kleinen großen, weil wir müssen sowieso bis sieben. Bis dann mal bis sieben, wenn der dran ist, dies, das jenes, ist schon die Fickerei hinter uns. Definitiv, oder? Natürlich die Stärke. Natürlich die Stärke. So, nein, nein, das ist meine Frage, Alter, das ist neu. Ich muss sagen, also für das, die paar haben das schon auch, die anderen. Ein bisschen bei uns schon irgendwie. Ob es da mal was geht. Ach, die Magie kann ich mir nicht aufpassen. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir da im Eckl haben. Boah, der ist schon wieder in die nächste Kiste. Gott sei Dank. Einmal wenigstens einmal nicht unbedingt herumdiskutieren. Ja, können wir es nicht, können wir es nicht. Du bei ihm. Ah, wie der Mini-Belaber. Ja, sicher. Ich bin zu einem Wichser. Ich habe mir schon gebraucht. Ja. Ja, kommt eigentlich eh wieder zurück. Aber ja, kriegt man wenigstens ein extra Money. Kriegt man wenigstens ein extra Money. Ich sehe immer ein auch mal was. Aber ich würde mich lieber voll über Tannen. Das wird mich wirklich sehr gefreien. Ah, Beckett, aber wird's dann auch schon langsam knapp. Müssen wir dann auch langsam mal was machen. Dagegen. Passt. Ja, dann machen wir einfach auf Automatik und schieß bei Balli. Ich bin so durstig. Ich weiß aber nicht, was soll ich? Nein, 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 was drum? Da komm ich nicht. Ich kenne meine, ich kann mich nicht mehr. Ich kenne die Verhandlung von ihrer Position. Ich kenne die Verhandlung zu ihm. Jetzt finde ich aber ein interessantes Elektrik, der neben dem gar nichts gemacht hat. Also der hat jetzt wirklich... Ich werde nur zugeschaut. Wenn ich normalerweise so Eckattacken... Allein schon... ... Donnerrschocker oder wo immer. ... was er jetzt schaut. ... würde das eigentlich locker gehen. So, unser nächster Kandidat braucht Kaffee, dann für unseren super Gegner. Und für welche Richtung entscheidest du? Für die? Ja, dann mache ich das gleich mal. Ach so, super. Ja, äh, lang aber automatisch gehen müssen. Ganz lang. Na gut, wir sind wieder zur Dränglerei da. Ja, du trinierst, du trinierst, du trinierst. Nein, Diggi, nein, nein. Sorry, Papa, jetzt wissen wir wenigstens, dass das sogar mehr sein kann als wir. Danke schön. Ja, Bruder, wir machen jetzt. Danke schön, danke schön. Guck mal her. Guck mal her, Diggi. Ah, ha, 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 ha. Perfekt. Ganz schön Steam, Alter, ganz schön Steam. Alter. Ich muss dir vorstellen, Alter, wir können noch mehr werden. Noch mehr. Noch mehr, Alter. Ach, der Scheiße, Alter. Jetzt kann ich mal ein zweites Team da raus schicken und alles drum und dran. Bumm. Äh. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Na schau. Na schau. Dann greift da mal wenigstens auch noch. Wenigstens auch noch. Was der hier in der Hose hat. Nur da hinten raus. Ey, man kann nur, was den dort Häuser ist. Boah. Das war, was ich heute mal herkomme. Wie, das jetzt die Scheeung. Dann geht das noch mal kurz. Und, wie, das ist das hier irgendwo dann zugekommen. Ja. Wie, das ist das, was die Scheeung. Ja, ich so jetzt die Scheeung. Ich weiß ja nicht, ob dann auch mal nur die Scheeung kommt. Die Scheeung, die Scheeung kommt, kann man hier ja mitgehen. Ich glaube, jetzt eher weniger. Ich würde eher sagen, eher weniger. Einen Apfel kaufen wir sicher, können wir schon was machen. Einen Apfel haben wir noch fix. Ich weiß nicht, ob wir für uns selbst wären, aber ich hoffe es. Nächstens noch einen Satz oder irgendwas. Was? Den haben wir gar nicht. Ja, wurscht. Ei, ei, ei. Ja, ist ja egal. Wir sind zwei, vier, sechs. Und trotzdem. So viele, oder? So viele ist aber schon hart, oder? Wirklich eine starke Gruppe. Bist du, Narisch. Bist du, Stefan. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt in das Game. Okay, passt. Jeder geht rein, oder? Jeder. Scheiße, die Wandern, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Trotzdem, Tunnel wäre eine richtig nice Nummer gewesen. Tunnel wäre richtig nice. Wäre noch besser, wenn wir gegeneinander kämpfen könnten. Das wäre noch nicer. Was dann halt, wie du dich? Und das andere, dass dich da keiner schleicht? Ah, wie schnell. Oh. Wie schnell. Wig. video k b Oh, okay, ja, 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 ja. Äh, oh, Gott sei Dank noch einen. Gott sei Dank. Ja, scheiß drauf. Scheiß auf den Huren so. Einfach nur Ebene 7 und wir müssten es dann schon bald geschafft haben. Ah, wir haben da... Ah, da haben wir ja auch schon den Spezialgegner. Oder nein, das ist die Seite. Ja, gibt es ja... Ja, sicher schafft es ja. Nein, da müssen wir dann noch weiter. Da müssen wir noch weiter runter. Weil ich will den Spezialgegner da auch gleich mehr erklären. Also wenn das schon so schön auszeigt geht und alles drüber dran. Ah, ja, müssen wir da noch durchhalten. Einen Apfel haben wir da noch. Einen Apfel. Dann machen wir einfach nur ein bisschen so auf schnell schnell, hätte ich gesagt. Warte, ich schau mal das... Okay, das ist auch jetzt irgendwas. Wieso? Wieso? Jetzt, wo wir uns ja so schön vorbereitet haben, müssen wir unbedingt... Nee, muss das ja... Muss das ja... Oh! Ja, sicher möchte ich weitergehen! Muss ja wieder... Oh! Ja! Na sicher! Nächster Kampfunfähiger! Na nächste Wachbier... Äh, eher aber einen Apfel, gell? Nur einen Apfel brauchen wir dann schon selber. Kommt drauf an, wie lange wir dann noch unterwegs sind. Nur einen Apfel ist dann schon langsam problematisch. Also wir kriegen da plötzlich jetzt noch einen Apfel. Das glaub ich zwar eher weniger, dass wir da noch einen Apfel herkriegen, aber... Ja, erstens wir haben es eh schon, und zweitens... Es wird ein bisschen kompliziert. Aha, okay. Finde ich jetzt aber interessant. Vielleicht natürlich, dass wir jetzt, äh, bei der letzten Zeit ein bisschen auf Schnellschnecke... ... gewesen sind. Und dann haben wir vielleicht das Spezial-Pokémon dann einmal gefunden. Das finde ich jetzt gerade aber interessant. Das finde ich jetzt gerade wirklich interessant, weil... ähm... ... ich wollte eigentlich besiegen. Wollte wirklich. Hätte sein können, dass, äh... ...wahrscheinlich wird es dann auf irgendeiner Spezial-Ebene sein. Deutschland, perfekt. Wollte wirklich. Wollte. 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 Wollte.